Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und ich hab verkackt. Ja, ich war letzte Woche in Augsburg bei der Rocket Factory und eigentlich sollte heute das Video zur Rocket Factory kommen, aber leider hab ich die Belichtung verkackt und muss jetzt erstmal das komplette Rohmaterial nochmal durch die Belichtungsprojektur schicken und neu rendern lassen und das dauert ein bisschen Zeit und ich hab mir vorgenommen zu sagen, okay, ich steck da jetzt noch ein bisschen extra Arbeit rein, damit das dann gut wird, trotz irgendwie schlechter Aufnahme. und ja, leider deshalb heute nicht eine neue Folge von Senkrechtstarter, aber ja, ich wünsche frohe Ostern und hoffe, du wirst die Woche überleben auch ohne Senkrechtstarter-Folge. Ich kann dir versprechen, das wird eine geile Folge, ich hab viel gelernt, ich hab ein super geiles Interview mit Stefan Brieschenk gemacht und ja, bin durch die Fabrik da gegangen und ja, wird eine richtig coole Folge. Leider nicht heute Abend, aber ja, die Folge kommt noch und tut mir wirklich leid. Ja, ich hoffe, wir sehen uns Montag, bis dahin immer schön sägig bleiben, dein Mau. Dad Ihr könnt auf jeden Fall plug draufhören, falls flern, bis dahin immer schön, bis dann zum nächsten Mal, bis先 auf dich sello. Dad